Die letzte männliche Jungfrau des Abijagern, John Bender! Hey ihr beiden, wollt ihr nicht reinkommen? Heute ist Pärchenabend. Heilige Scheiße, Alter. Eine lebendig gewordene Gummipuppe. Das ist die beste Story ever! Musst du es auf ihre Brüste starren? Ihre Brüste starren mich an. Langsam bin ich echt besoffen. Das macht dich auch nicht attraktiver. Aber dich? Schöne. Ja.